Jo, willkommen zurück zu Minecraft Mark. So, weiter geht's. Hier ist immer noch das Silizium-Silikongedöns am Craften, weil davon brauche ich jede Menge. Irgendwann brauche ich dann quasi diese Dysketten und ein paar Deep Storage Units und dann geht's nochmal richtig ab. Was mich letztes Mal richtig angepisst hatte, war, dass hier hinten quasi ein Kanal weg ist. Ich hatte die mega Idee, dass ich hier oben dran, oben dann dran was anderes anschließt. Oh, da kommt Wasser raus, das ist gemein. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht. Oh nein, das hab ich kaputt gemacht. Von welchem Kabel? Lol. Das ist gar keiner angeschlossen, oder? Lol. Okay, alles wieder da. Immer noch fehlt da eins. Von welchem Kabel die jetzt abgenommen werden? Deswegen würde ich sagen, wir bauen das nochmal ganz kurz hier rein und machen mal ein bisschen Kabelmanagement. Oh, guck. Hi. Ah, I see. Oh nein! Oh nein, was denn passiert? Ah, der Hebel ist abgefallen. Lol. Alles gut. Hebel wieder dran. Wasser eingedämmt. Allerdings glaube ich nicht so schön das Wasser eingedämmt. Ich glaube, den Aquarius-Akkumulator habe ich so ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt überlege ich gerade, es gibt ja diese Vierer-Version, die wir unten gebaut haben, ob die hier oben vielleicht besser ist. Obwohl es läuft ja gerade. Das ist, wenn ich jetzt hergehe und hier einfach mal das da so hinmache, das dann wegmache und von oben nochmal Also manchmal sind manche Kabel so ein bisschen wie in Indien. Ich muss nicht falsch verstehen, aber ich habe mal ja so einen Bericht gesehen, wo die quasi so einen Tunnel unter eine Straße bauen wollten, unter eine fast, unter eine krass befahrene Straße. Die mussten dazu allerdings erstmal alle die ganzen Stromleitungen sortieren, die ganzen, was war da noch, Abwasser-Dinger, weil die waren alle so kreuz und quer gelegt, so ähnlich wie hier. Und da mussten erstmal hergehen, alles sortieren, richtig strippen, weil da war irgendwie so, Alter, der braucht ein neues Kabel, da legen wir ein neues hin. Sag, liegt da. Da braucht der ein neues Kabel, legen wir auch ein neues hin. War alles so durcheinander, irgendwie so ein geflochtener Zopf. Und da, so sieht es an, das erinnert mich das jetzt. Aber der Bericht war auch super krass. Der war echt super krass. Okay, warte mal, da hinten sind die, boah, wenn die Bus-Systemen dahin abgeschottet werden, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Hier sind noch sechs Kanäle, die gebraucht werden. Komm mal mit. Da machen wir nochmal folgendes. Weil, das kann man ja eigentlich ganz gut auseinanderbauen. Also wir machen halt so ein bisschen Optimierung, muss auch manchmal sein, weil es ist halt schön. So, mach mal so. Dann nehmen wir die Dance-Kabel raus. Ich überlege gerade auch, ob wir das Stromkabel mit rausnehmen. Weil hier ist einfach ein Strom... Ach ne, Mist, das Stromkabel geht auch da rüber. Oh, da ist noch was anderes dran angeschlossen. Okay, machen wir hier nochmal einen Pfad. Weil dann können wir auf... Boah, jetzt hätte ich fast das da weggemacht. Und da läuft Wasser raus, Alter. Aber ich muss es aufmachen. Okay, warte, wir brauchen Dance-Kabel. Dance. Dance-Kabel. Nicht mehr viele da. Bauen wir uns ein paar neue. War das ein Huhn? Und ich hab da schon so ein Ding drin, was was leise macht. Bäm. 15 Stück. Könnte eng werden. So, Kabel hab ich nicht im automatischen System, ne? Schade, aber auch. Dann gehen wir mal folgendes. Applied Analytics. Dann machen wir nochmal ein paar Stacks von den normalen Kabel oder von den Smart... Ne, von den normalen Räuchern. Hör, boah, ey. Ja, machen wir so ein paar Stacks hier, ready? Dann nehmen wir quasi das mit Wolle, das heißt Smart-Kabel. Ich bräuchte jetzt eigentlich gar nicht... Das war doof. Ich bräuchte jetzt eigentlich gar nicht so viele. Boah, da krieg ich echt Angst über diesen Geräuschen. Aber so ein paar sind geil so schlicht. Guck mal, jetzt haben wir 32. 47 reicht auf jeden Fall. So, guck. Jetzt muss ich nur gucken, dass wir diese Stromkabel irgendwo anmachen. Ich glaube, so ein... ...ein Energy Acceptor haben wir gar nicht, oder? Oder haben wir so ein Ding? Weiß ich jetzt gar nicht. Weil dann könnte man auch dieses Kabel da weg machen. Und hätte auf jeden Fall auch Strom im System. Ist natürlich blöd, dass hier auch ein Kabel rüber geht. Dann könnte man das jetzt auch so ein bisschen aussortieren. So. Komm, wir bauen uns einen Energy Acceptor. Energy Acceptor. Da haben wir einen. Ne, warte mal, haben wir den nicht noch? Energy. Weil den hatten wir mal ursprünglich sowieso gebaut. Weil am Anfang, wenn man quasi keinen Controller hat, kann man am besten an unserem Energy Acceptor-Kabel dran machen. und dann läuft das. Und ich würde fast schon sagen... Warte mal, hier geht auf jeden Fall... Oh nein, da habe ich jetzt gerade was gezeigt. Was keiner hätte sehen dürfen. Und jetzt habe ich noch drauf hingewiesen, dass das keiner hätte sehen dürfen. Egal. Warte mal. Bam. Jetzt habe ich gekühlte Kabel. Macht gar keinen Sinn. Aber egal, habe ich. Hm. Hm, hm, hm. Voll doof. Warum ist denn hier Wasser eigentlich? Ach ne, das ist dasselbe Ding. Das geht einmal rum. Alles klar. Alles verstanden. Alles verstanden. So, das geht hier einmal hier rum. Also normalerweise könnte ich rein theoretisch... Da ist der Wireless Charger. Wir machen jetzt so richtig geilen Stuff. Ich meine, klar, es hat im Grunde nichts Neues von dem Sinne her. Aber wir haben so auf jeden Fall gleich eine Menge über. Und haben hier auf jeden Fall wieder ein paar Kanäle freigeschäffelt. So. Ist auch gerade wichtig, weil wir haben so viel Kram jetzt mittlerweile hier dran. Ich muss, wie gesagt, ich muss unbedingt mal gucken, wie das mit diesen Tunneln funktioniert. Es gibt solche komischen Tunnel von Applied Energistics, wo man halt verschiedene Sachen nochmal vereinfachen kann. Irgendwie so. So, guck. Jetzt machen wir mal so. Wieder... Bis in die Ecke rein. Und da könnte man eigentlich jetzt hergehen und diese normalen Kabel nach unten führen. Da brauchen wir kein Dense-Kabel in dem Sinne. Aber ein Smart-Kabel auch nicht, glaube ich, ne? Nee. Und hier muss was umgebaut werden. Wird nämlich mehr interessant. Hä? Ah ja, genau. Das müssen wir gleich umlegen. Weil ich glaube, das ME-System, das geht jetzt auch gleich aus und macht nichts mehr. Oh, das ist nicht gut, weil das craftet drüben. Es ist ausgegangen. Das ist jetzt nicht so gut. Ich glaube, wir haben ein Problem. Aber es ist kein Problem, weil wir legen jetzt einfach mal das Kabel hier durch. Können wir ein Dense-Kabel legen? Natürlich blöd, dass ihr das jetzt genau hier getrennt habt, ne? Da geht das so. Warte mal, dann kann man... Ah ja, genau. Kann ich machen wie drüben. Dass man das hier bei den Lampen vorbeilegt. Weil da kann man ja diese Konduit-Fassaden drauf machen und dann ist das ganz cool. Also, pass auf. So. Dann kommt hier das Kabel ja durch. Dann geht man im Grunde hier her. Der schreckt mich da jedes Mal so ein bisschen, ne? Wenn dieses Ding da oben angeht. So. Kurz nachdenken. Wenn ich jetzt hier den... Dieses fette Kabel dran mache. Ist das schon mal wieder verbunden? Das ist verbunden. Und eigentlich brauchen wir jetzt nur noch... Kabel und Strom. Nur noch, weißt du? Kabel und Strom machen wir... So, Stromkabel weg. Ach stimmt, da geht's glaube ich runter zu den Mülleimern. Okay. Ich glaube, die sind jetzt noch alle angeschlossen. So, jetzt kann man... Hier, da haben wir das Kabel dran. Und außen rum lassen wir jetzt die Stromkabel vorbeilaufen. Oh nein! Wir sind mittendrin. Machen wir so. So. Boah, da ist mancher echt so ein ganz kurioses Gebastel hier, ne? ME-System angeschlossen. Stromkabel geht bis hier. Und geht dann... Ach, geht auch da dran. Okay. Aber ich muss das glaube ich rumführen einmal. Warte mal, ich hier ab... Die sabbelt. Und dieses Terminal dahinten muss ich bald wieder verstecken. So. Jetzt haben wir wieder Strom. Gut. Äh, ich weiß gar nicht von welcher Seite. Machen wir mal... Die sabbelt. Da haben wir hier nur ME-System dran. Cool. Und jetzt nur noch das Kabel durchlegen. Dann haben wir das ganz cool angeschlossen. Und alle Dinger funktionieren da hinten wieder. Voll gut. So. Dann da noch einen rein. Oh Mist, warte. Der ist ein bisschen blöd gesetzt. Weil da ist eine Glasscheibe, wo man das sehen kann. Zumachen. Blub, blub. Ah, guck mal. Ich hab sogar komplett Fassaden mit. Kann ich direkt verbauen. Wie perfekt ist das denn, bitteschön? Wie perfekt ist das denn? Hast du die gerade schon eingepackt? Ich denke schon. Woher soll ich die denn sonst haben? Das kann offen bleiben. Und hier oben kann es dieses dicke, fette Dance-Kabel rein. Und wir können auch noch ein Cable-Anchor nehmen. Dann packen wir mal hier dran. Sehr gut. Dass ich das Kabel nicht auch noch da verbinde. So. Wenn wir das jetzt verbunden haben, müssten sich eigentlich alle Channels von da hinten wieder verbinden. Ganz kurz warten. So. Und wir sind bei der Mitte angelangt. Ich würde sagen, fast bei der Mitte. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Ne, warte. Wenn nicht, bleiben wir mal kurz dran. Vielleicht wird die Folge noch mega geil. Und alle sagen, boah, zum Glück hab ich mir das angeguckt. Und deswegen noch mal kurz warten. So. Cable. Aber wisst ihr was, ey? Dann nehme ich, glaube ich, die Dance-Kabel. Obwohl, ME-Konduit. Die nehme ich jetzt hier zum Runterführen. Hm. Fällt gerade auf. Ich habe gar keinen Strom da hinten gelegt. War dann, äh, jetzt nicht so gut. So, dann hier runter. Und schon haben wir hier Strom. Warte mal, Dance-Kabel, wenn ich das hier leg. Ach, ne, hier kommen die raus, okay. Dachte, die kommen jetzt hier raus. Okay, gut. Verbunden. Dann kann der hier weg. Also, da müssen jetzt alle Chains verbunden sein. Problem ist noch, dieses, ähm, dieses andere Ding, was da unten hängt, das braucht auch noch Strom. So. Das führen wir dann hier hoch. Können leider nicht da rüber switchen, aber wenn ich das so mache, schon. Also, man macht dann einmal das Dance-Kabel dran, Stromkabel dran, und legt dann hier hinten. Jetzt, guck mal, jetzt ist das hier wieder mega leise, weil jetzt hier ganz viele Sound-Muffler aufeinander stehen. Also, die Dinger, die Geräusche reduzieren. Jetzt bin ich wieder in dem Bereich, wo man wieder was hört. und verbunden. Jetzt haben wir auf jeden Fall Strom und Datenkabel anliegen. Jetzt können wir den Rest wieder zumachen. Hoffe ich zumindest. Ganz schön eng hier. Genau, hier kann ich alles zubauen. Hier war ich ja gerade drin und habe hier quasi ein paar Kabel entfernt. Hat sich auf jeden Fall meiner Meinung nach gelohnt, weil wir haben jetzt hier wieder ein paar Channels frei bekommen. Und gerade das ist in so einer Anlage relativ wichtig, weil dann baut man wieder ein Teil dran, und dann sind auf einmal wieder alle Channels belegt. Ich meine, hatten wir jetzt oft genug, dass irgendwie auf einmal kein Channel mehr belegt war. Deswegen so viele Sachen an dem Controller dran, oder alle Seiten beladen. Hat hier, glaube ich, schon wie bei Techtown, hat hier auch nachher einen riesigen Controller, wo halt an jeder Seite irgendwie zwei Dicke Dance-Kabel rausgegangen sind. Aber ich glaube, da hatte ich nicht so viele Kanäle wie hier, wenn ich ehrlich bin. Da war auf jeden Fall ein bisschen weniger los. So, mal testen. Perfekt, funktioniert. Und den Rest können wir jetzt hier zubauen. So, jetzt haben wir im Grunde einen Energy Rezeptor gebaut, ganz viele Kanäle freigebracht, ein langes Dance-Kabel wieder angeschlossen. Habe euch gezeigt, wo mein Security-Terminal hängt. Ich hatte da eigentlich schon wieder vergessen, und ich erinnere euch wieder dran. Sehr gut. Aber egal, hier machen ja eh nicht mehr so viele mit. Deswegen passt das eigentlich schon. Und eigentlich haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Joa. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Und ich habe da noch eine ganz gute Idee. Wo der war, kommt noch mehr, wollte ich gerade sagen. Hallo? Da müssen wir hin. Warte, dann gehen wir aber lieber nach da. Weil, habe ich ja schon mal erklärt, wenn die Anlage hier läuft, dann sterben die Wither nicht so schnell, wie sie eigentlich sollten. Beziehungsweise sehr, sehr langsam, weil der Grinder halt diese Kohle voll lange verarbeitet. Und wenn wir da jetzt ein Kabel dran anschließen, dann können wir uns die Kohle sparen, und wir haben immer voll Power, dass die Wither sofort sterben. Also instant im Grunde. Und gerade das ist in dieser Anlage durchaus wichtig. Nummer 47, wie cool ist das denn? So, passt auf. So. Nein, wo habe ich das denn hingebaut? Irgendwo so zur Seite weg. Okay, kann man ja mal machen. Muss man jetzt nicht, aber kann. Teil ist verbunden und jetzt haben wir hier immer Vollpower. Da ist gar keine, gar keine Blume, äh, gar kein Ding mehr drin. Gar keine Blume, ey. Wo bin ich denn? So, wie viel haben wir denn abgebaut? Vier. Heißt, hier war eine. Und ich glaube dann alle, Oh, weiß ich gar nicht alle. Hättest du gesagt, hier ist eins. Da ist noch eins. Und eins war hier oben, ne? Okay, da kann ich eh keins reinmachen. Dann, äh, mache ich da noch ein Zünden. So. Guck mal, und dafür hatte ich da hinten Kohle drin, ne? Das ging jetzt so fix. Können wir direkt mal ausprobieren. Wir nehmen noch ein paar Witherskulls. 11.000, holy shit. Und hier sind einige Potions, die nicht verarbeitet wurden. Ja klar, ich glaube, die wurden schneller rausgepowert, als dieses komische Ding das machen konnte. Oh man, ja, Potions müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Aber wahrscheinlich so ein bisschen offscreen. Alter, hab ich viele Ringe. Alles aus diesen Münzsäcken. Ist ja der Hammer, ey. Können wir etwas haben. Nein. Da brauchen wir doch zwei. Ne, warte, brauchen wir gar nicht. Weil man zu faul ist, was zu bauen, macht man das so. So. Und mach den hier unten hin, so. Alles gut. Und jetzt lass ich mal ganz kurz nochmal ein paar Withers da sterben. Einfach, um zu zeigen. Also klar, ähm, man hat schon gesehen, wie die da drin abkacken, aber wenn für die Leute, die jetzt vielleicht wissen, also für, für Leute, die jetzt gerne den Vergleich haben, machen wir das mal ganz kurz. Weil normalerweise ist der erste mal so voll umgekippt und dann die anderen immer so in ein, zwei Sekunden Unterschied. Ich hoffe, da ist jetzt Strom drin. Ich baue die schon mal fröhliche auf. Nein, was ist das denn? Ich darf das, glaube ich, nicht bauen. Egal, dann würde ich sagen, probieren wir das bei der nächsten Folge aus. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen nach unten. Aber ich glaube, die Kabel waren eigentlich ganz okay. Weil wir haben jetzt auf jeden Fall richtig geiles ME-System wieder. Keine Ahnung. Haut rein. Tschüss.